Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei The Spectrum Retreat, Aufgabe 4.03. 0.03 müsste es sein. Langsam wird ja alles sehr crazy. Gut. Also, grün, blau, weiss, rot, grün, blau, weiss. Einfach los. Wir sind jetzt an dieser Wand. Die bringt uns was. What the fuck? Ah, da oben ist blau. Wir brauchen blau. Um dazu durchzukommen, Dr. Wright. Hier haben wir weiß. Weiss, macht hier die Runde. Äh, hä? Ne, warte. Jetzt können wir hier grün rausholen. Für was auch immer wir grün brauchen. Mitten wir auch bestimmt brauchen. Dann geht's wieder an die Wand. Irgendwie. Oder irgendwo. Oder auch nicht. Hä? Ich glaube, ich habe es gerade gecheckt. Wir brauchen hier blau. Wir müssen, glaube ich, nochmals an den Anfang. So. Jetzt kommen wir hier mit blau durch. Hier haben wir grün. Rot haben wir wo? Dort. Dann muss der rot sein. Alter Schwede. Holy moly. Macaroni. 403 abgeschlossen. 404. Folgt. Passed you. Krankenhausrechnung. Total Charges. Kann man leider nicht lesen. Rechnungsabschluss. San Bernardo Medical Center. Patient Services. 17.000 Dollar. Und 12.000 Dollar. Holy shit. Teuer, teuer. Das ist der Abgrund. Haben wir... Ups. Habe ich nicht gesehen, dass wir blau dabei hatten. Blau kommen wir hier durch. Das heisst... Ich nehm kurz den hier. Färb den um. Geh mit blau mal hier durch. What the fuck? Wo müssten wir eigentlich hin? Ah, hä? Anders ist das der gleiche Raum. Ähm. Grün. Grün, grün, grün. Grün. Von dort oben. Grün. Grün. Blau. Aber hier haben wir ja noch rot. Ich möchte bloß alle Farben hier rausnehmen, die vielleicht wichtig sein könnten. Dann gehe ich jetzt nochmal hier durch. Hier haben wir zweimal rot. Super, dass jetzt rot dort unten eingespült ist. Und wo haben wir jetzt das grüne Feld? Diese Seite. Ah, ich habe jetzt blau. Sollte man wahrscheinlich nicht so machen. Kommen wir von hier. Okay, ich habe dann wohl das Level ausgetrickst. Gut. Da sage ich nicht nein dazu. Holy smokes. Okay. Brün, blau. Was passiert, wenn wir hier herangehen? Dann laufen wir hier. Okay. Ähm. Der zweite muss blau sein. Hier brauchen wir weiss und grün. Der muss grün. Rot. Rot. Ja, okay. Ich lasse mal rot dort. Okay. Alter. Meinst du, ich check noch irgendwas? Nee. Nee. Niemals. Wo bin ich jetzt hier wieder? Oh no. Shit. Äh. Ich glaube, ich habe verkackt. Hä? Hä? Gibt es dort einen Block? Ich glaube, das ist ein Block. Aber wo ist der? Das ist, glaube ich, der Block, den ich rot lassen wollte. Okay. Aufgabe wiederholen. Okay. Ähm. Der hier muss weiss bleiben. Da wir den nachher brauchen. Der muss weiss bleiben. Hier muss rot. Oder was der? Vielleicht was auch der Block. Ich weiß das? Okay. Ah, Rot. Muss ich hier durch? Ja, dort ist er rausgegangen. Das ist alles so crazy. Aber für was muss ich hier nach hinten? Was der, den ich umführen muss? Okay, warte. Okay. Wow. 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 Ich hätte gedacht, dass es kompliziert wird. So kompliziert? Schaut euch das da vorne an! Holy shit. Jake Matthews. Morning Run. Metro. Around 7.20. Was hat das damit zu tun? Okay. Okay. Gut. Ähm... Und jetzt? Wie komme ich nach dort drüben, vorne, hoch, runter, was auch immer? Ist das nicht der Rückweg? Ist das nicht der Rückweg? Ey, ich check nichts mehr. Was ist das? Was ist das? Blauer Balken. Wofür? Warum? Wieso? Wieso? Gut, das wäre gleich drei Balken. Wofür? 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 Hier ist weiss. Bringt mir so absolut gar nichts. Hier habe ich keinen Block zur Auswahl. Hier auch nicht. Zurück komme ich hier nicht. Weil ich hier an der Wand laufe. Doch. Okay, ich komme zurück. Muss ich den grünen hier zuerst nehmen? Oh, da komme ich ja gar nicht hin. Wie komme ich jetzt zurück? Ey. Come on. Muss ich jetzt hier irgendwie Farbspiele tauschen? Oder? Keine Ahnung. Und dann auf die andere Seite gehen und dann dort irgendwas machen. Oder? Wie läuft das hier? Hier komme ich ja auch nicht an grün ran. Ich brauche rot. Aber wo habe ich rot? Roten. Block habe ich nirgends. So drüben. Leuchtet sehr rot. Ich müsste hier hochkommen irgendwie. Aber wie? Aber wie? 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 Wait. Kann man hier das timen? Dass man sich hier dreht? Nee. Okay. Langsam befragt mich das Spiel irgendwie. Hier gibt es gar nichts. Aber es tut gar nichts. Dort komme ich hin mit Weiss. Aber ich bin ja an der Wand. Ich bin ja an dieser Wand hier festgeklebt. Jetzt hat es hier rot. Bringt mir das etwas. Jetzt habe ich rot. Was auch in mir jetzt das bringt. So sind habe ich ja gar nicht gesehen, dass es hier einen Klotz gibt. äh. 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 Hä? 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 Was stehe ich jetzt... Oh mein Gott, Leute. Ich check nichts mehr. Oh, ist jetzt grün? Da ist grün. Kann ich mich hier nicht irgendwie durchbuggen? Von was bringt mich das jetzt? Ich bin ja trotzdem wieder am Arsch. Da ich hier nicht wegkomme. Oder übersehe ich wieder etwas? Ich glaube, ich hätte nicht ganz durchgehen dürfen. Ach, das Spiel macht mich wahnsinnig. Okay, nochmals. Hier hat man grün. Grün kann ich jetzt eben nicht einfirmen. Brauche ich irgendwas am Schluss? Eigentlich brauche ich doch, brauche ich vorne ganz, brauche ich vorne grün? Kann man sich mit grün hier wegteleportieren? Mit grün kann man sich wegteleportieren. Das heisst, ich brauche hier vorne grün. Und grün kriege ich wie? Indem ich hier drüben rot habe. Und rot kriege ich von da. Das heisst, wo ist das Teil da? Ich glaube, ich habe es gleich. Jetzt haben wir dort hinten rot. Jetzt gehe ich hier auf diese Seite. Ne, warte. Sorry. Dann fahre ich hier nicht dorthin. Nimm dort irgendwie rot, wenn es geht. Hab hier... Grün. Geht das so? Ja, nice. Holy moly moly. 4, 06. Abgeschlossen. Was gibt es hier Neues zu lesen? Linkliff East Platform. Warte. Blindspot. Street. Average Escalators. Okay. Wieso? Mary und Alex. Im Namen der gesamten Schule möchten wir Ihnen und Ihrer Familie unser Beileid und unser Mitgefühl aussprechen. Robin im Unterricht zu haben war stets eine Freude. Er war ein toller Freund und wird von allen Kindern und Angestellten der Schule sehr vermisst werden. Wir bedauern Ihren Verlust sowie den etwaigen Mangel an Sensibilität unsererseits in dieser schlimmen Phase zutiefst. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei Ihnen und bitte seien Sie versichert, dass wir alles tun werden, um Sie nach Kräften zu unterstützen. Wir bedauern Ihren Verlust. Das heißt dann doch wirklich, dass Robin tot ist. Fällt. Was ist das für ein Formular? Dissolution of Marriage. Casing assigned to judge. Jones Department 8. There are no minor children. Okay, irgendein Formular. Scheidungsfolgenvereinbarung. Steht da auch was? Ne, da steht nichts. Okay, Alex und Maddie haben sich wohl getrennt. Nachdem wahrscheinlich Robin gestorben ist. Habe ich es schon wieder verkackt? Yes. Yes. Gut. Oh Mann. Also sprich, wir brauchen Weiss. Rot brauchen wir, um zu teleportieren. Blau wahrscheinlich nur, um hier rüber zu kommen. Haben wir hier Rot. Wechseln wir hier wieder rüber. Äh, Weiss. Rot, Grün, Blau, Grün, Rot. Holy Shiree. Holy Shiree. McFleishfish. Weisse, ich checke einfach nicht mehr, ob wir jetzt unten, oben, links, rechts, oder wo auch immer sind. Äh, wir kommen von dieser Seite, äh, der muss blau sein, grün muss der hier sein und der hier. Ich glaube, da hinten ist unser Ziel. Ich glaube, da hinten ist unser Ziel. Rot und Rot brauchen wir noch zweimal. Äh, ich glaube, hier kann man mit Rotor. Äh, ich glaube, hier kann man mit Rotor. Hat es noch irgendwo Rotor. Hat es noch irgendwo Rotor? Der ist Weiss. Der ist Weiss. Eigentlich so schon klappen. Nice. Das ging jetzt schnell. 408 kommt jetzt gleich. 408 kommt jetzt gleich. Oh mein Gott, sorry, aber nee. 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 Nee, ich bin ehrlich gesagt zur Müde für. Nee, come on. Okay, ich würde sagen, ich stoppe hier mal. Ich, nee. Es reicht gerade. Mein Brain ist so überfordert von dem Ganzen hier. Einfach nur, einfach nur holy shit. Einfach nein. Ich meine, schaut euch das an. Hä? Äh, äh, äh. No. Okay, ähm, ja. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei der Spectrum Retreat. Äh, es wird crazy. Das ist, ich meine, ja. Ihr seht es selber. Puh. Gut, äh, bis zum nächsten Mal bei der Spectrum Retreat. Tschüss. 安~! 1 2 1 BilarCheer & Wworks Vielen Dank.